Die Station 3 Funkt keine Daten mehr. Wie lange sind wir ohne Klimadaten, Yannick? Morgen, wenn der Ministerin kommt. Sollte schon alles wieder laufen. Das ist neu. Ich glaube, dass diese Organismen so etwas wie winzige Genlabore sind. Sie gelangen über die Nahrungsaufnahme in einen Körper und verwenden dessen DNS. Ganz ruhig, es ist tot. Jede Mischung ist denkbar. Vielleicht gehen die Legenden von Wolfsmenschen und Meerjungfrauen auf biologische Realitäten zurück. Was ist das? Vielleicht war der ägyptische Totengott Anubis tatsächlich ein Mensch mit dem Kopf eines Schakals. Yannick! Du willst ihn doch nicht einschläfern, oder? Kommst du eingeschlafen? Was ist das für mich? Was? Was? Pannen so! Figur! Ja! Fasal 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 Fasal